Der Gletscherpark Der Gletscherpark Der Gletscherpark So, jetzt sind wir da am Gletschiepark, jetzt bin ich gerade die Kicker ein bisschen gesprungen und die Kicker sind relativ geil zum Springen, sie sind nicht zu groß, nicht zu klein, also genau perfekt für die Zeit zum Trainieren und ja, jetzt brauche ich mal eine kurze Pause da in der Chile Area. Das war ein super Tag, aber ich weiß, dass ich Ein Wahnsinn und ja, also wer den Park da oben und Kitzchenheim kennt, der weiß sowieso, also die ganze Wintersaison, der Park war ein Wahnsinn und sicher mit Abstand einer von den besten Parks in ganz Salzburg und deswegen kommt man im Mai, Juni auch noch gerne rauf zum Gletscherpark und ich sage mal, da ist für jedermann was dabei, Anfänger bis zum Profi, da fühlt sich jeder wohl, glaube ich und es ist einfach, macht Spaß da im Frühling, es ist laschi im Park, wenn es den mal schmeißt, tut es nie zu weh und ja, nach so einem guten Tag, glaube ich, haben wir in so einem Bier verdirrt und der Zahnwanderbrust Vielen Dank.